Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. so leute willkommen bei CarRise mein name ist karmann Abse wir warten heute nicht auf den bus nein wir sind heute unterwegs mit diesem wunderschönen rs-5 sportpack und jetzt diesmal aus dieser perspektive also wir fahren das auto jetzt mal auf die landstraße so ein bisschen dann die autobahn dann versuchen wir mal so gucken was geht 0 100 0 200 100 200 und ja dieses video wird mal aus dieser perspektive aufgenommen hier ein kleines kleiner einblick zu diesen wunderschönen rs5 unfassbar sehr klassisch wunderschön sportlich und ja ich würde sagen wir reden nicht so viel sondern ja ich würde sagen wir reden nicht so viel sondern fangen an zu fahren und dann gibt es ein paar ausschnitte von der landstraße autobahn und dann gibt es zeit noch zu messen immer rüber auf rs1 rs5 450 ps ist es frei ja dieses auto marschiert schon unfassbar nach vorne das wirklich richtig richtig guter wagen ja wir wechseln jetzt auf jeden fall zur autobahn und dann werden wir mal schauen was dieses fahrzeug so so kann kumpel komm kommen kommt 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 rs5 komm herr ist und komm herr ist wir haben platz wir haben platz wir haben platz kommen 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 flug aus flug aus flug aus flug aus stark stark ich weiß gar nicht was wir so richtig auf dem tacho haben aber wir finden das auf jeden fall heraus also wir haben auch die optimalen wetterbedingungen etwas als optimal ist es natürlich jetzt nicht optimal aber es ist gott sei denn trocken klimaanlage aus gewesen tank fast voll temperatur der reifen auch noch okay bis auf die hinterräder diesen bisschen kühler als die vorderräder aber sonst war das eigentlich nahezu fast ein perfekter start zwischen den drag race habe ich mir überlegt diese ganzen oder diese tacho aufnahmen vor euch zu veröffentlichen gucken was so modelle wie reinbekommen und ich hoffe sie gefahren euch mein name ist kamen absolut willkommen bei car race gibt mir einen daumen hoch hier daumen hoch und abonniert unseren kanal car race danke dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe mein erstes autobahn tacho schrägstrich zeiten messen auf öffentlicher straße hat euch gefallen natürlich war es unbegrenzt also das muss man natürlich dazu sagen aber ja wir sehen uns auf jeden fall demnächst ansonsten seht ihr mich natürlich wieder auf dem flugplatz es sind wirklich wieder schöne sachen geplant wir warten auf dem frühjahr und dann geht es auch wieder richtig los wahrscheinlich mache ich dann diese aufnahmen die ich quasi hier mache dann auch auf dem flugplatz noch mal separat das ist noch mal einfach viel viel sicherer und ja leute abonniert car race daumen hoch kommentiert dieses video sagt mir was ihr davon wie ihr das gefunden habt ob es okay war woran ich noch arbeiten kann ansonsten bis bald